Ist schön hier bei uns, ne? Das ist so ganz geil. Buddha bei die Fische. Der Terfen-Talk. Die beste Talkshow der Welt. Mit Gästen, die wirklich etwas zu sagen haben. Jeder hat seine Geschichten, seine Schicksale. Meines ist halt sichtbar. Das ist alles. Mit Themen, die inspirieren und Werten, die gut tun. Menschlich, authentisch, wertschätzend. Was hat das mit dir zu tun? Gar nichts. Im Fernsehen und auf YouTube. Und wie ist es? Oh, das geht eigentlich ganz gut.